Ab und zu bewerben sich ja mal Leute bei Ihnen. Also das hoffe ich zumindest. Und die Frage ist immer, wenn sich jemand bewirbt und Sie kennen die Person nicht, naja, was machen wir jetzt mit dem, was wir da vor uns liegen haben an Bewerbung? Und ganz oft wird dann gesagt, dann schauen wir doch mal in Arbeitszeugnisse. Und die Frage ist, welche aktuellen Erkenntnisse gibt es dazu? Wir suchen alle Talente, das ist bekannt, nur wenn die Bewerbung kommt, was tun? Woran soll man sich orientieren? Welche Leitplanken kann man irgendwo finden? Nach einer aktuellen Umfrage, jetzt zuletzt bei der Tagesschau veröffentlicht, 82% der Organisationen haben gesagt, sie gucken also intensiv in Arbeitszeugnis und jetzt ist die Frage, ist das eine tatsächlich verlässliche Methode? Und genau darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Also nehmen wir jetzt mal an, jemand legt Ihnen dann die Bewerbung ins Postfach und dann ist die Frage, ist das Arbeitszeugnis wirklich ein valides Mittel, um zu entscheiden, eine Person einzuladen oder nicht einzuladen? Und jetzt müssen wir erstmal schauen, was spricht für Arbeitszeugnisse? Also erstmal, Punkt 1, für den Einsatz von Arbeitszeugnissen spricht, das ist eine gute Informationsquelle über Berufserfahrung und Fähigkeiten. Also die Arbeitszeugnisse bieten, wenn sie gut geschrieben sind, detaillierte Informationen, es wird was geschrieben zu den bisherigen Tätigkeiten, welche Leistung gab es, welche Fähigkeiten haben die Bewerbenden und natürlich, es kann auch Aufschluss geben über die fachlichen Qualifikationen, eventuell sogar über Soft Skills wie Teamfähigkeit, Engagement oder Verantwortungsbewusstsein. Wichtig aber, es muss hier halt strukturierte, standardisierte entsprechende Arbeitszeugnisse geben und die besonders auch spezifische, objektive Kriterien enthalten. Wenn das der Fall ist, dann kann man da mit Sicherheit jede Menge rausziehen. Ein weiterer Punkt, der zweite Punkt hier, der für Arbeitszeugnisse spricht, ist, dass Sie Bewerbungsinformationen verifizieren können. Das heißt, wenn Sie in die Arbeitszeugnisse schauen und das mit dem Lebenslauf abgleichen und Sie finden da ein Delta, etwas, was nicht ganz passt, kann das geprüft werden. Und wichtig ist, das müssen Sie logischerweise auch dann. Sie können nicht einfach sagen, hier passt was nicht, das kann dann ja wohl nicht stimmen. Das ist keine valide und reliable Methode. Deswegen kann ich mal ein Beispiel nennen, was ich selber hatte. Jemand bewirbt sich und dann haben wir eins angesprochen. Wir hatten halt im Lebenslauf gesehen, da hieß es Projektleitung, während im Arbeitszeugnis stand Projektmitarbeit. Es wurde dann auch gesagt von der bewerbenden Person, ja, es war folgendermaßen, er war in der Projektmitarbeit. Nach zwei Wochen allerdings wurde die Projektleitung krank. Es hieß erst kurzfristig, dann hieß es mittelfristig, daraus wurde langfristig. Und dann hat er am Ende das Projekt fast zwei Jahre lang geleitet, bevor die Projektleitung dann zurückkam und es dann wieder übergeben hat. Die Firma hat bei dem Arbeitszeugnis aus formalen Gründen und eben auch wegen der Stellenbeschreibung, die entsprechend im Arbeitsvertrag stand, gesagt, Projektmitarbeit sei der richtige Begriff. Wir haben das telefonisch nochmal abgeglichen. Die Firma hat genau das bestätigt, von daher passte auch das. Das heißt, der zweite gute Punkt ist, Sie können Bewerbungsinformationen verifizieren. Der dritte Punkt, es gibt Ihnen, das ist auch wieder ein Punkt für Arbeitszeugnisse, es gibt Ihnen Einblicke in das Verhalten am Arbeitsplatz. Häufig, wenn die gut geschrieben sind, liefern Arbeitszeugnisse Hinweise auf Verhalten, die Persönlichkeit der Bewerbenden, auch wie sie sich im Arbeitsumfeld mit anderen verhalten. Und das können Sie halt daraus recht gut lesen. Jetzt werden natürlich einige sagen, ja Moment, aber da gibt es doch auch, und ja, wir müssen logischerweise auch über Dinge sprechen, die eventuell gegen den Einsatz von Arbeitszeugnissen sprechen. Und die gibt es natürlich auch. Weil genau das, was jetzt kommt, wenn jemand sagt, Moment, wenn da Verhalten, wenn da jetzt Verhalten beurteilt wird, das kann doch ganz schön abhängen von der Person, die das da schreibt. Ja, das gibt es in der Tat. Die Subjektivität und die fehlende Standardisierung. Arbeitszeugnisse können sehr stark subjektiv geprägt sein. Jetzt kommen wir zu den Punkten, die gegen den Einsatz von Arbeitszeugnissen sprechen. Der erste Punkt, Subjektivität und fehlende Standardisierung. Arbeitszeugnisse können sehr stark subjektiv sein. Die variieren extrem je nach Arbeitgeber, Schreibstil, auch die Absicht dahinter. Es gibt keine einheitliche Norm, wie Arbeitszeugnisse erfasst werden sollen. Und das führt eben zu Interpretationsspielräumen und eben auch zu Missverständnissen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie bekommen ein Arbeitszeugnis aus dem Konzern, wo jemand reinschreibt, da wurde eine Person für Geselligkeit geschätzt, können Sie sagen, das heißt bestimmt besoffen bei der Arbeit. Aber vielleicht war es einfach auch nur ein Arbeitszeugnis aus einem anderen Büro, aus einer anderen Person, wo jemand sagte, nein, einfach jemand, der gute Stimmung macht. Also zu sagen, wir kennen diese Codes und wir wissen, was was bedeutet, ist immer ein Interpretationsspielraum, wo eine Menge passieren kann, was überhaupt nicht beabsichtigt war. Und da kommen wir direkt zum zweiten Punkt, der gegen Arbeitszeugnisse spricht, nämlich die geringe Validität und die geringe Zuverlässigkeit, also geringe Reliabilität. Arbeitszeugnisse korrelieren eben oft nur sehr, sehr geringfügig mit der tatsächlichen Arbeitsleistung von Bewerbenden. Sie werden oft positiv verzerrt, das übrigens auch nicht selten, weil es dazu gesetzliche Rahmenbedingungen gibt. Also zum Beispiel in Deutschland müssen Sie Arbeitszeugnisse wohlwollend formulieren. Also selbst wenn Sie jetzt glauben, Sie schreiben Arbeitszeugnisse für eine Person, wo Sie sagen, Gott, diese Person möchte ich keinem Unternehmen zumuten, das können Sie halt nicht schreiben. Es passiert also eine positive Verzerrung und natürlich auch eine sehr selektive Sichtweise, die die vorgesetzte Person, die das schreibt, am Ende dort auch dann zur Geltung kommen lässt. Was im Klartext heißt, es kann an ganz simplen Dingen hängen, wenn Leute sagen, Mensch, ich mag sie oder ich mag sie nicht, kann das der Unterschied sein zwischen einem sehr positiven oder einem neutralen, schlimmstenfalls sogar schlechten Arbeitszeugnis. Und das möchten Sie ja gerade nicht wissen. Sie möchten ja nicht sagen, hey, schreiben Sie mir doch mal, wie beliebt Sie bei der Arbeit waren, bei Ihren vorherigen Vorgesetzten, denn mit diesen Vorgesetzten haben Sie logischerweise auch nichts zu tun. Der dritte Punkt, der gegen Arbeitszeugnisse spricht, ist die fehlende Relevanz für spezifische Anforderungen. Die Inhalte von Arbeitszeugnissen sind sehr oft sehr allgemein gehalten. Sehr selten werden dort spezifische Informationen genannt, hat verschiedene Gründe. Entweder will die andere Firma sich nicht in die Karten gucken lassen, man möchte Arbeitsprozesse nicht offenlegen, man möchte eventuell auch nicht, dass Leute gehen, hält es lieber generell und hofft, dass die Leute mit dem Arbeitszeugnis relativ wenig anfangen können. Man hält es ein bisschen nebulös, damit eventuell auch genau die Interpretationsspielräume negativer Art entstehen, die man dort entsprechend kreieren möchte. Sehr oft ist es sehr generell gehalten, wenig spezifisch und gerade für die Anforderung der neuen Position möchten Sie ja aber die spezifischen Fähigkeiten kennen und genau da kommt dann das Problem auf. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, hm, was machen wir denn jetzt damit? Denn jetzt können Sie ja sagen, gut, es gibt Dinge, die dafür sprechen, Dinge, die dagegen sprechen, einer der Hauptpunkte, die wir hier immer wieder haben und jetzt müssen wir auch mal schauen, gibt es da Evidenzen, gibt es da Dinge, die man im Endeffekt bereits rausgefunden hat, ein Hauptpunkt der Gegenarbeitszeugnisse als Hauptwerkzeug zumindest spricht ist die hohe Subjektivität. Es fehlt zudem völlig die objektive Beurteilung. Also wenn Sie jetzt gerade jemanden haben, wo gesagt wird, Mensch, fertigte am Fließband so und so viel Stück und Sie haben genau das gleiche Produkt, dann können Sie es vergleichen. Aber ansonsten werden Sie a, diese Zahlen nicht in irgendwelchen Arbeitszeugnissen finden und b, stellen Sie ganz selten genau dasselbe Teil her. Und diese Subjektivität und vor allen Dingen die fehlende Standardisierung im englischsprachigen Raum, insbesondere Großbritannien, USA, gibt es gewisse Abfolgen, die werden bei Arbeitszeugnissen größtenteils eingehalten. Da wissen Leute, was kommt in welcher Reihenfolge, was schreibt man und sagt man in welcher Reihenfolge und dann kommt eine gewisse Standardisierung dabei am Ende auch raus. Nur, das haben wir in vielen anderen Ländern überhaupt nicht. In vielen anderen Ländern ist es vollkommen Freestyle. Sie haben drei Arbeitszeugnisse und drei kommen völlig unterschiedliche Arbeitszeugnisse, die entsprechend dort nebeneinander gelegt werden. Das heißt also, diese hohe Subjektivität ist ein großer Punkt, dass man dann zu falschen Ergebnissen kommt. Dann kommt verschiedene, wir sprachen in den Folgen vorher schon über Unconscious Bias. Wenn Sie sich bereits emotional für eine Person entschieden haben, dann werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch immer wieder positive Aspekte der Person zuschreiben und negative den anderen. Und das kann an ganz simplen Dingen liegen. Eine Person bewirbt sich mit Foto, das Foto finden Sie toll. Wenn der Name eher deutsch klingt im deutschsprachigen Raum statt ausländisch, haben Sie auch wieder einen Vorurteil. Das ist alles wissenschaftlich belegt, da müssen Sie jetzt nicht sagen, bei Ihnen ist das nicht so. Wenn Sie nicht professionell auf Unconscious Bias trainiert wurden, fallen Sie genau dem zum Opfer. Aber das geht bis hin zu Adressen, wenn Sie sich örtlich auskennen, wo Sie sagen, oh bei der Adresse, Himmel, hilf, wann bewerben sich die Leute denn bei uns? Also diese hohe Subjektivität ist das erste große Problem. Punkt zwei, diese versteckten Codes, die wir immer haben, die funktionieren heute nicht mehr. Das heißt, wenn Sie sagen, oder Sie funktionieren auch sehr, sehr selten. Klar, es gibt gewisse Formulierungen, da wissen wir, was gemeint ist. Wenn jemand sagt, wahr steht's, bemüht das, ja, okay. Aber ganz ehrlich, wer lässt das im Arbeitszeugnis stehen? Die Arbeitszeugnisse werden heute regelmäßig durch Freundeskreise gereicht. Wie oft ich Arbeitszeugnisse gegenlese, wo ich sage, hier bitte, hier bitte, hier bitte nachbessern, das ist aber mittlerweile schon fast Standard, dass sowas passiert. Also wenn Sie glauben, Sie können die offensichtlichen Codes darin parken, kann ich Ihnen sagen, das wird Ihnen niemand durchgehen lassen. Das heißt, diese versteckten Codes, a, funktionieren die seltener, weil sie gar nicht mehr akzeptiert werden, und b, selbst wenn Sie die platziert bekommen, wissen Sie nicht, ob die andere Seite das genauso versteht, wie Sie es gemeint haben. Aber ein dritter Punkt ist noch ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar, es gibt immer wieder soziale und juristische Komponenten, die zu gewissen Arbeitszeugnissen führen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Eine Firma hat finanzielle Schwierigkeiten und muss Stellen abbauen. Oder, zweiter Fall, eine Firma möchte eine Person loswerden, weil man sagt, es passt einfach nicht. Im ersten Fall, wo Ihnen das Wasser finanziell bis zum Hals steht, sagt man, Mensch, wir machen jetzt einen Aufhebungsvertrag, du kriegst noch ein bisschen Geld mit, dafür kriegst du einen super Arbeitszeugnis, auch wenn du eventuell nur Mittel warst. Wenn Sie Leute loswerden wollen, gibt es auch ganz oft die Lösung, wo gesagt wird, Mensch, ein Aufhebungsvertrag, ein bisschen Geld dazu, dazu noch ein Top-Arbeitszeugnis, Hauptsache sie gehen. Und das sind natürlich Arbeitszeugnisse, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. Aber die gibt es halt sehr regelmäßig. Und immer wenn Sie sagen, warum gibt es die denn, ist es relativ simpel, weil der Kündigungsschutz in vielen Organisationen und in vielen Ländern und der Arbeitnehmerschutz sehr weitreichend ist. Und dann ist das ein typischer Ausweichmechanismus. Sie verlagern das Problem halt in eine andere Firma rein, da sehen Sie eventuell sogar noch einen Nutzen. Wenn Sie eine Person haben, die wirklich schlecht arbeitet, sagen Sie natürlich, geh gern zum Wettbewerb und mach da Dinge kaputt. Da haben Sie eventuell sogar noch einen Nutzen davon. Aber genau das ist das Problem, warum ich persönlich Arbeitszeugnisse nicht hochgewichte und wirklich, muss ich wirklich sagen, grenzwertig erschüttert war, als ich hörte, dass 82% der Unternehmen laut Tagesschau da wirklich als eines der Hauptwerkzeuge draufsetzen. Da gibt es wirklich bessere Dinge. Wichtig jetzt, was kann man denn besser machen? Also fassen wir das Ganze mal zusammen. Arbeitszeugnisse unter gewissen Bedingungen kann man verwenden. Wenn Sie standardisiert sind, gute Details enthalten und dann wirklich vergleichbar sind, möglichst objektiv, dann kann das sein. Wie oft kommt das vor? Nicht so häufig. Wenn Sie Referenzen haben, prüfen Sie Referenzen immer persönlich. Rufen Sie dort an, sprechen Sie mit den Menschen. Und ja, die müssen das dann auch wohlwollend formulieren, aber es gibt halt gewisse Sätze, die Ihnen dann klar gesagt werden können. Wenn zum Beispiel Sie irgendwo anrufen und jemand sagt, Mensch, hier hat sich jemand beworben, die und die Person, die war vorher bei Ihnen, was sagen Sie denn zu der Person? Und es kommt eine Antwort wie, ach ja, das war schon gut, machen Sie sich mal selber Ihr Bild. Dann wissen Sie, woran Sie sind, auch wenn das immer noch indirekt sind, weil eben die arbeitgebende Situation und die juristischen Umgebungsfaktoren dazu führen, dass man das andere sagen kann. Aber zumindest wissen Sie, woran Sie jetzt sind. Immer noch mit dem Risiko übrigens, dass das rein subjektiv gewesen sein mag, dass die Person schlichtweg jene Person nicht mag. Aber prüfen Sie Referenzen persönlich, rufen Sie dort an. Nutzen Sie Ihr Netzwerk, sofern Ihr Netzwerk ein diverses ist. Wenn Sie ein non-diverses Netzwerk haben, machen Sie Ihre Entscheidungen schlechter, nicht besser. Denn auch da hängt es sehr oft an Sympathie oder Antipathie anstatt, dass man eben auf können setzt. Wenn Sie alle Faktoren, die wir hier genannt haben, positiv nutzen, dann können Arbeitszeugnisse wirklich als ein Werkzeug genutzt werden. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, da ist ja doch ganz schön viel Subjektivität dabei, da müssen wir eventuell noch ein paar Tests dazu machen. Vielleicht nochmal ein Assessment Center. Immer daran denken, je mehr Aufwand Sie betreiben, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Leute Ihnen absagen oder dafür entschädigt werden wollen. Völlig legitim übrigens. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten Probearbeiten machen und so weiter, was logischerweise bezahlt wird. Solche Dinge können Sie machen und das sind immer Dinge, die zu einem besseren Ergebnis führen. Alleine zu sagen, Arbeitszeugnis und dann treffe ich die Entscheidung, das ist eine Methode, die ist weder valide noch reliabel mit den Umgebungsfaktoren, die wir heute hier besprochen haben. Da können Sie Dinge wirklich nutzen, damit Entscheidungen besser werden und nicht schlechter. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Und wenn Sie jetzt sagen, puh, das ist ja ganz schön viel Arbeit, ja, das ist im Recruiting so. Wenn Sie jetzt sagen, da würde ich gerne nochmal sprechen, sehr gerne, schreiben Sie mal eine E-Mail nb at nb-networks.com. Dann finden Sie meine E-Mail-Adresse unten in den Shownotes von dem Podcast. Unten in den Shownotes finden Sie auch mein LinkedIn, da können wir uns dann vernetzen. Oder Sie gehen direkt auf meine Webseite www.nb-networks.biz oder .com. Beides funktioniert. Wenn Sie jetzt sagen, hey, da brauchen wir was sehr Konkretes, wir brauchen ein Seminar, einen Coaching, einen Vortrag, können Sie mich auch gerne darüber anfragen. Wir können aber auch gerne einfach Ihre Punkte besprechen, kostet Sie keinen Cent und dann sprechen wir ab da weiter. Der zweite Punkt, der immer wieder kommt, gibt es Live-Sessions? Ja, gibt es. Wenn Sie jetzt sagen, Sie würden gerne mal live dabei sein für unsere Zuhörenden und dann eben auch für unsere Lesenden, wir haben den Leadership Letter. Wenn Sie einmal gehen auf expert.nb-networks.com, tragen da einmal Ihre E-Mail-Adresse ein, dann sehen Sie in diesem Expert Letter nicht nur den freien Zugang ohne Berechnung zu allem, was publiziert wurde und zwar schriftlich wie auf dem Audio-Kanal hier über die Podcasts auch. Es werden die Live-Sessions direkt dort bekannt gegeben, nämlich Datum, Uhrzeit und der Zugangslink ist direkt dort drin, wird aber eben auch nur über diesen Kanal bespielt, von daher gerne dort entsprechend anmelden. Und der dritte Punkt, ach ja, ist noch wichtig, 100% Inhalt garantiert werbefrei, ich halte den Leadership Letter generell werbefrei. Der dritte Punkt ist aber immer der wichtigste Punkt, nämlich anwenden, anwenden, anwenden. Nur wenn Sie anwenden, was Sie gehört haben, dann werden Sie die positiven Aspekte sehen, die auch Sie in Ihrer Organisation gerne sehen möchten. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg, ich stehe für Hilfe gerne jederzeit zur Verfügung, rund um die Uhr für Sie erreichbar. Ich freue mich jederzeit von Ihnen zu hören und zum Schluss des Podcasts bleibt mir da noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank für Ihre Zeit.